so ich kümmere mich jetzt um den kalendor cup mit essen und gegen wände fliegen wo fängt der kalendor cup an wahrscheinlich in kalender hier ist die quest hallo quest which one would you prefer to write for your kalender cup races ich will den da ich mag den und hier sind die ganzen customization sachen das sind ein paar marken die man braucht hat er hat aber noch nicht drin doch 240 ich brauche nur 240 marken das ist wohl scheinbar keine quest das ist nur die introduction quest das ist halt generell da war und das war es ist tatsächlich nur ja dann ist es egal dann kann ich ein rennen nach dem anderen abarbeiten und dann ist alles gut fangen wir doch mal an ich wollte gerade sagen ich hoffe ich werde jetzt auch aufnummer und das sieht schon mal richtig gut aus kalendor ich komme das kann man jetzt auch falsch verstehen aber ich finde das cool dass es hier tatsächlich über diese anderen rennstrecke ist das ist cool das ist jetzt nicht aber die komplette strecke hier oder auch blizzards es hat schon was safety komplette strecke aber ich habe ein paar dinger schon verpasst die strecke hat da eben aufgehört gehabt und dann führt er mich wieder zum anfang das ist aber cool dass man hier dann über das wasser pflegt fast gebetet worden okay ich habe gold geschafft easy gold easy gold okay dann der advanced kurs ja ich soll durch die ringe fliegen okay danke danke für den tipp danke dass du mir das sagt ich versuche mein bestes jetzt geht es runter und drüber weiß ich auch was was hat ja meinte mit den ganzen bäumen hier sind ein paar bäume in dem gebiet und da war eine laterne oh gott ich habe mich schon fast drin stehen reinfliegen sehen das ist tricky um die strecke herum zu fliegen wenn man nicht richtig aufpasst richtig hinguckt aber ich finde es cool dass man so noch mal so die alte welt sieht dadurch durch den kalendor cup ist dann auch ein cup für eastern kingdom weiß ich jetzt gerade nicht aber wird sich ja dann anbieten ja sie hatten auch den nebeleffekt um blackrock geändert wahrscheinlich ich habe ich weiß es nicht ich weiß nur kalendor cup und kalendor cup heißt für mich halt nur dieser content ist ja nicht otherworld cup aber fallen sind hier noch nicht ich bin so schnell okay ich war einfach zwei sekunden zu langsam ich bin schlecht muss ich muss die kugeln treffen bitte fliegt durch die kugeln weiß gar nicht mehr wie ich sie genannt hatte aber die lavakugeln waren für mich käsebällchen weil ich keine käsebällchen und jetzt lande ich gleich in der laterne wo ich gemeint habe safe oder in einer der laternen soll doch gar kein sand martin du hast doch keine laterne mehr du machst das doch nicht mehr du bist doch viel zu alt dafür und kinder hast du auch keine alex also nicht in laternen fliegen frau ich bin stolz auf mich hallo gib mir kugel ich muss niesen hör auf damit nasa du juckst nicht du willst nicht niesen mehr speed nein ich bin dann du bist so dämlich hi wie war das mit du musst durch goldene ringe fliegen könnte mir das mal bitte jemand noch erklären wie das hier funktioniert diese bäume da sind halt auch nicht nett ne ich habe mich ja eher in einem baum fliegen sehen als ein ring verpassen hilfe hilfe bitte durch die goldenen ringe fliegen alex du hast einen job ja doch die laternen stehen schon ein bisschen gefährlich finde ich schneller fliegen ja 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 langsamer was zum fick alex du solltest schneller fliegen und nicht langsamer werden was würde er jetzt sagen er hat ein gutes gefühl glaube aber nicht dass das bei mir funktioniert ich habe die grüne kugel vergessen ahhhhhhhhh was ist hip wiss sein dass ich die bisher immer vergessen hab mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm oh man ich werde fast gegen den ehm gegen die strecke geflogen gegen den befeiler ich bin wieder viel zu langsam ganz bestimmt schon wie noch ich werde immer langsamer was denn falsch mit dir alex könntest du mal bitte aufhören die bremse zu betätigen ist das possible ich bin gegen neben den drachen customisation typ da kriegst du eine quest und die sagt jetzt so die ersten drei punkte wo du hinkannst die ersten zwei und bin halt zu langsam gerade für das was für kaffee hast du bestellt kaffee kaffee wirklich dachte du hast tee kaffee bestellt dieser kurs mobbt hart so Ich bin hängen geblieben. Was zum Fick? Was zum Fick? Nein, nein, nein. Abort, 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 Abort. Das ist, nein, der Reverse-Kurs, den wollte ich nicht. Du kannst nicht mehr wegklicken. Ne, es ist nicht der Reverse-Kurs, okay. Dumm, Mura dumm. Mura ist so doof. Ich hab wieder die Kugel nicht eingesammelt. Komm, das breche ich nochmal auf. Du musst die grüne Kugel einsammeln. Alex, please, konzentrier dich nochmal. Was soll das denn? Hm, da hab ich meine Taste tatsächlich nicht genommen an der Stelle. Schon wieder? Wo? 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 Wo lass ich denn bitte die ganze Zeit liegen? Was ist denn falsch mit mir? Was ist denn falsch mit mir? Was ist denn falsch mit mir? Jetzt will ich hier wieder viel zu langsam oder was? Der Start war besser, aber jetzt passiert so langsam. Ich verstehe einer diese Scheiße. 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, ich wollte euch mal zeigen, hier ist eine Strecke, da kann man auch drauf landen, wenn man dumm ist wie ich. Schön, oder? Bei welchem Kurs? Ja. Okay, du bist bei dem gleichen Kurs wie ich. 0,6 Sekunden, bei mir fehlen ganze 2 Sekunden. Und jetzt war ich gerade eben 6 Sekunden zu langsam, was? Ja, genau, Schatz. Das habe ich mich auch gefragt. Sagt jetzt nicht, ich soll einfach schneller fliegen. Das, fick dich, Schatz, sag es halt einfach nicht. Bitte, don't troll me. Ich bin an der Laterne hier geblieben. Jetzt ist schon komplett vorbei. Vor allem, ich fliege an der Laterne. Ist das jetzt eine Flugterne oder was? Alter. Wie kann man denn so scheiße dämlich sein wie ich? Ich bin so schön geflogen und dann bleibe ich an der scheiß Laterne hängen. Ich habe es euch ja eh schon prophezeit gehabt. Und jetzt machen wir das nächste Mal. Und dann noch mal für die neue斯br 광iste. Und dann machen wir das motivationale. Yen относ Objektiv. Und dann kümmern wir das SCHOOL VONDEch. Und, wie ihr es ja seid. Und dann werden wir das Te, dann selber an ihr fürs Herz in den Kof length angekündigt. Oh, da habe ich einen großen Schnitzer gemacht. Mal gucken, ob das reicht. Ich habe noch Speed. Hast du es? Wow, du hast im zweiten Try dreck... Ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Du bist so doof. Ich drin halt im zweiten Try. So. Und ich hänge im zwanzigsten. Ich muss es da ziehen. Ich muss es da ziehen. Ich kann das nicht anders ziehen. Ich kann das nicht die Laien. Yo! Was? Ich darf nicht so schreien. Jetzt muss ich die Fenster zu machen. Ich habe gerade zu sehr geschrien. Ich habe das andere noch probieren können. Wir starten. Nein! Schrei nicht so! Ja, ich habe gerade auch schon geschrieben. Beschweren sich wieder die Nachbarn. Ich fennst das halt auf. Ich bin daneben geflogen. Das war so schön. Ich bin kacke. Kannst du mich deleten? Ich habe gerade zu choose. Ich bin unter Will relieve der 행 selten. 편ere. Ich nehme Scheisse. Es kann mir blueberry sein. Ich bin пригласen. Es ist presente. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr werdet sehr viel Spaß haben mit dem Highlight Video davon Ihr werdet super viel Spaß haben mit dem Highlight Video davon Das ist ein weiterer Geheimnis Das ist ein weiterer Geheimnis Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hat er es hier wieder nicht genommen. Oh mein Gott, das war sowas von close. Das war sowas von close gerade. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Kalimdor Cup. Bis zum nächsten Mal.